Willkommen zurück zu Giant Assisters Twisted Dreams Rise of the Owl Walloward. Owl Walloward? Ich weiß immer noch nicht. Wir sind in der Springflutbucht. Springflutbucht, jawoll. Wegen Owl Walloward, Owl Walloward. Ich habe mich tatsächlich mit einer Freundin unterhalten, die lange Zeit in England gewohnt hat, die entsprechend auch Englisch-Deutschlehrerin ist. Also Deutsch für Ausländer, Englisch für die, die es lernen wollen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. What the fuck? Leute, was, was, was? Okay, hier kann ich durch. Okay, jetzt muss ich irgendwie diesen Geist hier hochlocken. Okay, das ging. Okay, genau, ich habe mich mit ihr unterhalten. Sie meinte, eigentlich wäre Owl Walloward richtig, aber sie stimmt mir zu, dass das Wortspiel für Owl Walloward eigentlich viel besser ist. Oh mein Gott, was muss ich denn hier alles jetzt erledigen? Okay, äh, ich will eigentlich das Wasser bleiben, dass das Wasser bleibt. Da war noch ein Geist, den würde ich gerne irgendwie töten noch. Der war doch da oben. Oder habe ich den auch schon gekillt? Ah, der da. Ja, super. Ne, den kann ich so nicht töten. Äh, kommt er mir nach? Ja, er kommt mir nach. Gut, jetzt kann ich ihn töten. Perfekt. So, aber je mehr geistig am Anfang los wird, desto leichter wird es später zu überleben, würde ich sagen. Okay, da ist auf jeden Fall was zum Durchgehen. Da sind noch Diamanten. Okay. Aber gut, dass das Wasser hochkommt, denn da kommen uns Diamanten entgegen. Sehr schöne Stelle mal wieder. Also ich muss echt sagen, ich bin sehr gespannt auf den Endgegner von, ähm, von diesem Addon. DLC, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, ich habe es mit einem Kollegen, äh, vorhin davon gehabt. Ähm, das Hauptspiel, ich habe es ja schon festgestellt, das Hauptspiel war schwerer als dieses Addon. Äh, das Hauptspiel war leichter als das Addon. Also das Addon ist schwerer. Wenn der Endgegner ebenfalls schwerer ist, und, äh, ich habe ja knapp zwei Stunden allein für den Endgegner aus dem Hauptspiel gebraucht. Wenn also das Addon auch da schwerer ist, dann habe ich echt eine riesen Herausforderung vor mir. Warum? Warum jetzt noch Geister? Warum jetzt noch Geister auf diesem Schiff? Und zwar verdammt viele Geister. Woah, what the fuck? Give me a break here. Äh, das waren acht Geister verteilt auf beide Farben, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe, ich wollte gerade weghüpfen. Ich brauche einen neuen Checkpoint. Das ist ein bisschen blöder, immer hoch zu hüpfen. Hepp, hepp, hepp. Dem kann ich nicht mehr ausweichen. Hepp, hepp und hüpf, jetzt. Ich möchte jetzt einfach mal hier direkt... Der hat mich noch nicht mal berührt. So, zack, hoch. Okay, wo muss ich hin? Da ist eine... Oh nein. Ich bin an der Blätterwand abgeprallt. Die vor allem so ausgesehen hat. Als wäre die von unten durchlässig. Okay, der war schlecht. Der auch. Weil jetzt kommt nämlich der Geist hinter mir her. Aber gut, kann man auch ausweichen. Hepp, hepp, hepp. Wenn wir da hochgehen. Dann kam jetzt der. Da komme ich drüber. Da komme ich hier rüber. Und jetzt ist nämlich kein Geist mehr hinter mir her. Für eine kurze Zeit. Und da... Können wir einsammeln. Ungestört, so wie es aussieht. Ist das schön. Ist das schön, ungestört einzusammeln. Und das war zu kurz. Okay, wir haben hier mehrere Bumper. Okay, das war ganz komisch. Ah, okay, wartet mal. Der linke Bumper bringt mich nach rechts. Der bringt mich nach rechts. Boah, der war knapp. Ich will nicht nochmal nach unten auf das Schiff. So, und der Bumper würde mich nur da dagegen schleudern. Und dann der da dagegen. Okay, wo muss ich hin? Okay, hier ist ein Schlüssel. Schlüssel ist gut. Schild ist sehr gut. Okay, und das war nicht der Weg, den ich gehen sollte. Das sieht für mich irgendwie nach einem Bug aus, dass ich mich hier durchschieten kann. Naja, egal. Nein, Unterwassergeister. Unterwassergeister sind grässlich. Flieg. Okay. Zwei Geister weniger auf dieser Welt. Hier haben wir viele, viele Lichtsäulen. Okay, und hier brauche ich... Hier kann ich die anderen geweihten Geister auch noch töten. Das Wasser kommt runter und dann kann ich hier nämlich nach rechts mich bumpern. Und jetzt möchte ich einmal auschecken, was da unten noch war. Nämlich ein Diamant aus Diamanten. Hey, das war doch schön. So, jetzt haben wir hier eine Kanone, die die ganze Zeit... Die schießt die ganze Zeit gelb. Ah, die schießt die ganze Zeit rot. Okay. So. Ich muss mal aufpassen, dass ich nicht irgendwo noch nach unten fallen soll, um was einzusammeln. Man weiß ja nie, was das Spiel von einem will. Also man weiß es oft, aber nicht immer. Ah, und da kommt das Wasser hoch. Ich habe mich schon gerade gewundert. Aber da hinten ist trotzdem nichts mehr. Sehr knapper Scheiß, aber hat funktioniert. Und hier sind wir dann noch auf dem Weg nach oben. Ah, jetzt sind wir auf der Seite. Okay. Ich dachte echt, dass da noch was sein muss. Ich frage mich nur die ganze... Warum bin ich so blöd und bleibt da stehen? Ich frage mich nur die ganze Zeit ein bisschen, wie komme ich zurück zu dieser Schlüsselbox? Also, normalerweise ist es ja so, dass das Spiel relativ logisch ist. So von wegen, wie kommt man von A nach B und wie wieder von B nach A, wenn man irgendwo zum Beispiel Schlüssel braucht. Aber irgendwie sieht das gerade für mich aus, wie wenn ich mich irgendwie immer weiter von dieser Box weg entferne. Oh, das war sehr schlecht. Ich war eingekesselt. Also, es sieht für mich aus, wenn ich mich von der Box weg entferne und einfach nicht mehr zurückkomme. Die war ja relativ weit links. Okay, da ist ein Pfeil, der zeigt nach unten. Das bedeutet für uns logisch, dass wir hier erkunden. Checkpoint, der ist glaube ich wichtig, aber nur ein Bonusweg. Oh ja, sehr enger Weg hier. Äh, ich glaube spontan, ich werde die... das Spiel heute noch fertig spielen. Also, ich hab ja... Was für ein scheiß Schwimmverhalten haben die? Flugverhalten, sag ich schon. Ähm, ich hab's ja gesagt. Äh... Ne, ich hab's nicht gesagt. Ähm... Also, ich mach grad eine... Vorhin eine Aufnahme ist ja schon angefangen. Ich hab ja gedacht, ich mach heute den... ...letzten Level. Dass es jetzt der vorletzte war, okay. Ähm, irgendwie hab ich mich geirrt. Passt. Äh, kann mal passieren. Ah, der kommt... Ne, der schwimmt nicht da rum. Was haben die für Schwimmverhalten? Der geht jetzt da lang. Und dann kommt er gleich wieder hoch. Derzeit gehe ich jetzt mal hart zu nah an den Stacheln. Genau, äh... Ich hatte gedacht... Ich hatte mich aufs letzte Level eingestellt. Das war's jetzt noch nicht, aber ich hab irgendwie Bock, das Spiel zu beenden. Also... Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr... ...wenn ihr lange was gespielt habt, und es hat Spaß gemacht, aber ihr wollt jetzt so langsam... Äh... Wollt den Endgegner sehen. Einen Abspann sehen. Ähm... Den Erfolg haben. Da war ein Stacheln von oben und unten. Ein Erfolg... Das Erfolgsgefühl haben. So, hey, Spiel fertig. Ja, so geht's mir gerade. Da... Die haben ein scheiß Schwimmverhalten. Die haben scheiß Wege, die man einfach auch nicht schlüssig nachvollziehen kann. Okay, jetzt hab ich die alle. Jetzt gehen wir mal ganz nach unten. So, da ist noch ein einzelner Gelber. Da bin ich jetzt auch dran gekommen. Ich glaube, jetzt hab ich alle hier. Ja. Ja. Sieht so aus. Gehe ich jetzt ganz links an der Wand und weiche dem hier aus. So, die stacheln möchte ich nicht. Jetzt gehen wir hier runter. Und da ist der letzte Schlüssel vermutlich. Ah! Und hier ist ein Teleporter. Soviel zu meiner Frage, wie wir zurück zum Schlüssel kommen. Ja, ja, die Pfeile sagen mir, ich muss nach unten. Ich weiß. Aber irgendwie ist da oben noch was. Na egal. Checkpoint und Schlüsselbox und das war der Level. Ja. Uns fehlen ein Secret und ein paar Diamanten. Und wir sind so oft gestorben, dass es gar keinen Stern mehr gab. Aber wir haben den Level geschafft. Hey! Und Sturz des Vetermeisters. Ganze 69 Diamanten. Ja, ich werde das Level jetzt noch aufnehmen. Ich mache jetzt eine größere Aufnahme-Session draus. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst in jedem Fall Kommentare und konstruktive Kritik da. Und ansonsten wie immer, bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend noch. Und tschüss!